einen wunderschönen guten tag hier aus blankenheim und das thema von heute ist crash on you mit professor max otte der ein wirklich hervorragender gastgeber in seinem landhaus ist hallo ich grüße sie wie geht es ihnen heute ja ganz gut war ein schönes wochenende ich habe die kids gehabt und man vergisst dann so ein bisschen die allgemeine frustration die griechenlandwahl ist so ausgegangen wie man sich das dachte beziehungsweise das ganze also von daher sagen wir mal die übliche leichte grunddepression angesichts des zustandes der welt ist da aber ansonsten ganz gut also wenn ich mir bei heute.de heute durchlese so was sie wieder vom start gelassen haben irritieren sie damit nicht leute ich irritiere damit leute klar ich erstmal freue ich mich ja dass auch manchmal noch die öffentlich rechtlichen tatsächlich den mut haben so was zu schreiben ich sag's mal verkürzt da steht drin otte will jetzt griechenland ganz schnell raus haben kann man das so sagen das kann man so sagen aber das ist noch nicht das eine sondern ich sage auch und das wurde aufgegriffen dass die europäische politelite dass der das spiel nützt was hier gespielt wird und den investment banken und vielen anderen nur nicht den bürgerinnen und bürgern und dass die europäische politelite eine riesen angst davor hat dass griechenland raus geht aus der eurozone und dass man merkt es passiert gar nichts die lage wird besser so und das wäre ein gesichtsverlust wenn man vorher von krieg und euro rettung und scheitert griechenland dann scheitert europa gesprochen hat jetzt geht griechenland raus aus dem euro alles geht ganz normal weiter es ist sogar besser für griechenland dann hätte sich natürlich diese politische klasse zusammen mit der letztlich noch wichtigeren mächtigeren investment banker klasse völlig deklassiert können sie davon haben nennen für beide bereiche für beide elitinnen wir können sie doch also ob das nun unsere kanzlerin ist oder der selbsternannte gegenkandidat steinbrück an die wahren probleme geht keiner ran auch holand geht nicht ran der macht ein bisschen mit wachstum oder sparen ist augenwischerei also die echten probleme die kontrolle der banken die beteiligung der banken an dem schaden geordnetes insolvenzverfahren was von merkel kurz gefordert hat und diese echten probleme traut sich keiner ran das hört man nur ganz links gelegentlich man hört es bei occupy man hört es aber ansonsten haben wir doch eine herrschende klasse so wenn sie sagen für beide seiten naja josef ackermann an schul jain leid blank fein von goldman sachs auch solch eigentlich respektable leute wie ottmar ising der ja chef volkswirt bei der ezb war professor ottmar ising sicherlich ein kluger mann und da hat er bei goldman sachs angeheuert und dann war er chef der reform kommission der bundesregierung für die finanzmärkte ich meine da ist ein geschmäckle da aber wer bleibt uns vom personal herr übrig ich meine steinbrück sagen sie steinmeier wird es ja nicht das wissen wir alle oder eben doch die kanzlerin und orland ist es für steinmeier ist ein braver mann also ein ordentlicher vernünftiger mann aber dahin geht der weg was für ein personal haben wir das wird ja nicht wechseln was machen wir in so einer situation ist ja doch ein bisschen ernst ja wir gehen hier so wie ich aufs land und machen einen gemüsegarten und gucken uns das aus der fahne an was wollen sie machen wenn die alle also wie im rheinland sagt man das nämlich spurke da können sie einen sack aufmachen aber wie ist das ich meine da sind ja unheimlich viele junge menschen momentan die da draußen wirklich begreifen worum es geht engagiert sind mutig sind und und wirklich repressalien in kauf nehmen und haben sie da irgendwelche strategien oder empfehlungen was was man in so einer situation jetzt machen muss aber es sind ja nicht so viele zum beispiel wie 1980 als der höhepunkt um die nato nachrüstung war sind nicht so viele wie 68 also sind eine große engagierte menge es gibt auch eine schweigende mehrheit ich war jetzt in menden wo also bürgerinnen und bürger wo auch sarrazin gelesen hat der ja natürlich auf einer anderen ecke steht aber trotzdem ich meine auch unter dem normalen bürgertum gibt es viele die wissen dass hier dass wir hier verarscht werden ich kann ihnen nicht sagen was zu machen ist denn wie gesagt meine grundstimmung ist leicht depressiv also ich sehe nicht wo die ansatzpunkte im moment sind wahrscheinlich geht es uns wirklich noch nicht dreckig genug dass wir wirklich eine veränderung in das system bekommen glauben sie es liegt auch an der bildung oder an der aufklärung dass nicht genug menschen klar ist worum es wirklich geht ja klar ich meine das ist wenn sie die großen finanzinstitute als anzeigenkunden der großen banken haben der großen zeitungen wenn sie immer mehr private medien haben wer will denn da noch aufklären wenn sie immer mehr ökonomen haben und je mehr ökonomen sie haben desto schlechter wird der rat weil es immer mehr stimmen gibt die gehen alle nicht an die politischen probleme also ich bin eben noch im der denktradition der politischen ökonomie nicht groß geworden die habe ich mir angeeignet weil ich in princeton einen professor hatte einen älteren außenpolitisch politisch ökonomischen professor der mich noch mit den alten kadetten in verbindung gebracht hat friedrich list karl marx lenin werner sombad wilhelm röpke die muss man lesen aber die modernen ökonom die haben alle ihre mathematischen modelle und die funktionieren letztlich nicht weil es immer um menschen geht und sie lernen ja selber sie waren jetzt lang in worms sind jetzt in graz was versuchen sie den studenten zu vermitteln ich sage bleibt anständig die welt ist verrückt ich versuche so ein bisschen die spielchen die gespielt werden aufzudecken also dass zum beispiel es viele leistungsfreie einkommen gibt in der finanzbranche aber letztlich lehre ich ja betriebswirtschaft also ich lehre ihnen die techniken dass du dich schauen finanzanalyse ich mache da ganz trockene dinge finanzanalyse führungstechniken und so weiter ich kann mich natürlich gelegentlich nicht eines gewissen kommentars kann ich mir da nicht verkneifen dann sage ich schon was dazu und stelle das auch in frage aber letztlich bringe ich handwerkzeug bei also es sind auch an den hochschulen die ökonomen die politik wissenschaftler die die betriebswirtschafts leute also die betriebswirt und die politik wissenschaftler die was mit mir anfangen können die ökonomen die sind meistens sehr vorsichtig wenn es um otte geht weil sie die wissen nicht so recht was sie mit dem machen sollen ausnahme ist hans werner sinn der auch bei ihnen ist der hat sich in gewisser weise freigeschommen der sagt was er denkt ob es immer immer richtig ist das ein weißer wirtschaftsweißer ihrer meinung nach ich teile viele seiner auffassung aber ich komme eben doch von der politischen ökonomie ich sehe manche singe halt noch breiter aber ist auf jeden fall jemand der seine meinung sagt dass sie klar sagt dass sie auch nicht in irgendeiner weise kaufen oder manipulieren lässt ich muss ich festhalten dass ich neben heute die heute auch noch eine info gelesen hat der club of rome und man hätte es nicht erwartet beschäftigt sich jetzt mit dem zinses effekt also mit der exponentielle funktion wie wie ist was glauben sie wie wie die bereitschaft ist in der aufklärung über dieses themengebiet wirklich aufklärung zu betreiben ja da möchte ich gleich hier ein bisschen aufklären betreiben ich werde oft auf gesell angesprochen und auf zinses sind und zinsen den zins dürfen wir nicht verbieten da bin ich ökonom der zins ist der preis dafür dass man kapital auf die seite setzt und sie brauchen kapital um in fabriken zu investieren und so weiter das problem ist dass immer größere einkommen aufwachsen die nachher nur noch von zinsen leben also wenn sie eine geldpolitik aber dass das ein problem ist das sind sie schon ja das ist ein riesen problem also wir haben riesengeldeinkommen die müssen sich immer schneller drehen die leben nur das sah auch john gallbrace so so john kennst gallbrace hat gesagt eine hauptkrise der wirtschaftskrise 29 und folgende war dass die reichen über alle maßen reich waren da entstehen wirklich neue feudal systeme mit gigantisch reichen menschen wobei die deutsche mittelschicht die sich da gar kein bild von macht die betrügt sich selber ich habe morgen ein gespräch mit einer alternativen zeitung und die redakteurin hat ein buch geschrieben der selbstbetrug der mittelschicht also die mittelschicht zählt sich zu den vermögenden sind aber eigentlich diejenigen die ausgebeutet werden auch für die ganz reichen oben also da gibt es reichtümer die sind gar nicht mehr vorstellbar so und wir müssen nicht an den zins selber ran sondern wir müssen vor allem also wenn sie als investor sich was erarbeitet haben und verdienen da zinsen ist in ordnung schlimm ist dass kapitaleinkünfte bevorzugt werden jeder normale arbeiter hat 40 45 prozent 50 steuerprozent grenzbelastung sozialabgaben steuern auf mein kapitaleinkommen habe ich 25 prozent ja wie kann es denn sein dass die reichen auch noch subventioniert werden von diesem staat auf kosten der normalverdiener wir geben ja auch ein bisschen was nach unten ob das genug ist sei dahingestellt also hartz 4 und so weiter aber immerhin gibt es eine gewisse umverteilung nach unten also verteilen aus der mitte raus nach oben die reichen die also weniger steuern zahlen als der normale und nach unten verrückt ich stelle immer drei begriffe in den raum und bitte um drei assoziationen herr otte goldman sachs unterarbeiten goldman sachs und erarbeiten sie sind an der spitze der nahrungskette sie arbeiten unglaublich hart sie verdienen viel geld auf kosten anderer und sie haben dann nachher beste chancen sind mitten im machtgeflecht dieser welt und zwar an der zentralen stelle viele engagierte menschen die irgendwo das richtige spüren aber ich habe angst dass das verpufft und das ist ein bisschen auch sogar von denen ganz oben instrumentalisiert wird guck mal da passiert ja was da ist ein bisschen show aber dass die ps noch nicht auf die straße kommen angela merkel drei große fragezeichen kein mensch weiß was diese frau wirklich wird ich danke ihnen und ich habe auch noch natürlich eine zuschauerfrage und bedanke mich jetzt schon bei lassen sie mich gucken maximilian friedrich und er fragt wie schätzt herr otte die entwicklung in europa jetzt unter der französischen führung ein haben sie mal feuer nochmal für mich na klar habe ich mache ich schon selber also ich glaube dass orland an die wirklich heißen fragen auch kaum rangeht noch kann man ja auf deutschland einschlagen also mehr wachstum euro bonds alle diese dinge kann man noch machen aber wenn man den fiskalpakt im großen ganzen nicht groß neu verhandelt und dann ein bisschen wachstum dagegen sie können entweder nur sparen oder nur geld ausgeben das ist eine zweite frage soll man sparen oder soll man geld ausgeben sehr gute frage also was wir jetzt machen ist wir subventionieren die banken die super vermögen über billige zinsen auf kosten der bürgerinnen und bürger die noch ein bisschen was gespart haben also niedrige zinsen ist ein subventionsprogramm für goldman sachs und co und auf der anderen seite machen wir extreme sparpolitik es ist keine frage dass griechenland spanien reformen benötigen aber nicht mit dieser brutalen sparpolitik die amerikaner machen billige geldpolitik und extreme haushaltsdefizite 10,8 prozent europa 4,5 also wir können diese extreme sparpolitik ist im moment falsch wir müssen sparen aber nicht so extrem sondern wir müssen erstmal wirklich den großen vermögen und den banken an den kragen und da vernünftige marktwirtschaft wieder einführen die machen ja planwirtschaft im moment auf unsere kosten herr otte ich danke ihnen für dieses gespräch und hoffe dass wir uns bald wieder sehen falls es ernst wird denke ich haben sie immer wichtiges zu berechnen also es hören sehr viele menschen auf sie und machen sie so weiter dankeschön danke danke und ich danke auch euch und heute gibt es ein special ich weiß es werden fiese kommentare kommen aufgrund der zigannen der fieseste kommentar wird von mir belohnt mit einem aktuellen max otte buch habe ich gerade so geschlossen und ja grüße an meine abonnenten und die frage beim nächsten mal ist wer ist mein nächster gast werner küppers vom omnibus für direkte demokratie und die haben wir mit durchgesetzt dass in bayern nicht mehr geraucht wird sehr spannend also bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal